Gleiche Bedingung gibt für euch beide. Werdet ihr jetzt verbunden. Nein! Ihr geht durch dick und dünn wie gute Freundinnen. Unzertrennlich. Nein! Und eine kleine Erinnerung daran ist dieses Band. Nein! Müssten wir am Anfang hier durchgehen? Ja. Ich bin schon das Doppelte von ihr. Wie soll ich denn? Da kann ich ja gerade mal alleine durchpassen. Du! Wer macht denn diese Spiele? Kann man das nicht auch ein bisschen? Wir kriegen das schon hin. Okay. Wir machen so. Warte mal, wenn ich als Erstes durchgehe, mache ich den Weg so frei. Aber müssen wir auch da durchgehen? Ja. Mältem, ihr schafft das. Auf die Plätze, fertig, los! Ah! Warte, es fehlt! Ja, es geht doch, Mältem. Wir machen so weit. Schnell, schnell durch! Du als Erstes! Ich geh zu durch! Komm, komm, komm! Und wie galastisch! Komm, komm, komm! Hier, durchlaufen! Ich geh zu durch! Komm, komm! Ich geh zu durch! Ich geh zu durch! Und jetzt komm! Und jetzt kommst du noch nicht zu durch! Mega macht ihr das! Jetzt ein wenig Limbo! Und jetzt kommt ein wenig Limbo! Guck mal, die Hand. Guck mal, die Hand. Wo war es? Komm, ich bleib noch stecken! Und weg! Da flutscht! Warte, warte! Warte, warte! Warte, warte, warte! Warte, warte! Warte, warte! Warte, 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 warte! Ich mehl's, da weg! Ah! Und hier müsst ihr erst mal die Sicherheitsquote lösen! Kommst du durch, wenn du zu lang? Und jetzt? Einmal außenrum! Was soll denn das hier? Einmal durch, einfach durch! Das passt, das passt. Die geben sich keine Mühe. Mit dem Fuß zuerst. Genau, Fuß. Jetzt klopper, genau. Einfach durchschlecken. Dann müsst ihr ein bisschen Platz machen, damit ihr die Dinger rausräumt. Ich geh schon mal rein, wir räumt das aus. Da ist eine Tür auf der anderen Seite. Da müsst ihr öffnen können. Pass auf, pass auf, pass auf. Pass auf, pass auf. Das läuft. Die Boxen könnt ihr auch nach oben schmeißen. Warte mal, warte mal. Hauptsache, hier kommt eine Tür weiter. Gebt alles. Ah! Warte mal. Das sind nur die Retouren von der letzten Woche von euren Bestellungen. Das sieht super aus. Samuel, komm mal hier rum. Du kannst auch von da vorne gucken. Das ist ein sehr schönes Bild. Das hat so ein bisschen was vom Retourenzentrum, oder? Nach oben schmeißen. Nach oben, weg, nach oben, weg. Weg damit, ja genau. Nach oben, alles. Hier rechts, 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 nach oben. Und guck mal, ob die Tür schon auf geht. Mal hinten, vorne weg. Vorne weg machen. Geht die Tür schon auf? Warte, wir müssen die hier weg. Wir sind noch zwei Pakete davor. Oh ne, ja, hier, hier. Das ist echtes Teamwork, oder, David? Hier hoch? Ja, ja. Du bist ganz froh, dass du das nicht machen musst. Ja. Einfach rüber, 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 zack. Noch hier unten, hier unten eine. Ja, sehr gut. Komm mal mit eine Stufe weiter. Wir kommen dann nämlich gleich durch. Siehste. Und jetzt? Warte. Fünfmal Steuerbord. Und dann guckt mal, ob es schon aufgeht. Dreimal. Probiert mal. Drei. Kann man schon öffnen? Oh Gott. Vier. So, mit Karacho durch. Oh Gott. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh. Oh mein Gott. Oh. 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 Super, super gemacht. Nehmen Platz am Puls, das war sensationell.